Hallo Leute und wieder herzlich willkommen im Let's Play Together Minecraft heute sind wir zu viert und zwar Sekekev, Sekekev oder Sekekev und X-Kraft X und The Big Floman Und der Jens Ja unser Special Gast sie nämlich Jesus Oh Geheil ich werde dein Name Ey Jesus fliegt doch mal fliegt doch mal ne Runde Ich will sehen hallo fliegt doch Warte ich geh ne Grund Du sollst fliegen nicht in den Grund gehen Ja ich will ne Wasser fliegen Gut Eine Frage Das muss ich dich jetzt erstmal fragen bist du eher nass oder feucht Ich bin trocken Ne das gibts ned Ey Surfer verreckt 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 doch Oh Mann Wir bewerfen ihn mit Kürbiskern Nein ich hab leider nur Samen hier ich bespritze dich mit Samen okay hier ah ah Hallo keine äh Irgendwie zweideulichen Dinge sonst Sange Wir kommen gleich wieder auf und und fängt alles rumheulen an Ja also was so was wollen wir jetzt eigentlich machen es so die Ewigkeit her dass ich das jetzt auf dem Server waren Domi wo war mir eigentlich stehen geblieben was wollte ich nicht zuletzt machen Domi Domi du wolltest dein Haus umbauen Weil das hat ein Krieger kaputt gemacht Angelegen das war das dahinten 8 4 das weiß ich doch ich weiß doch das letzte oder die mich erinnern kann ist dass der Krieger des Lager zerlegt hat das weiß ja Das war schön da habe ich mich erinnern da habe ich mir dieses Video angeschaut habe ich mich das so ebens kaputt gelacht wenn ich da ausgetickt bin und das ist voll kaputt gelacht Ach ja wir wollten ja in die Mine gehen weil die ganzen Woppunkte jetzt wechseln weil ich nämlich jetzt Essen Tales installiert habe damit man Slash Bord und den ganzen Mist machen kann aber da Wer mit von Kreditsch ist das doch das ist ist doch könnte ich er will mitkommen in die Linie und wir hier wird nicht gestorben wenn es so gut wie der Wolle auch mal hin wo es der die das Miner nehmen wir bei mir da wo ich glaube in der etwas so auch nicht es heißt ich habe eine Fakulme und wirken auch so ein Dirk hat man nichts an und das wird das wird gut ob wir immer ein dunkel in dem Leben ist wir lassen uns von 500 Kripp an um in die Luft springen am besten noch mit 20 Diamanten in der Tasche ich bin gelang ich gehe von er auch hier stimmt die Geräte aus dass die Bühne bei den Gärten ich bin guter Kleid 1 so hallo fremd vor allem wird wenn er aber auch wieder nicht so mit wie ich will die durch jetzt gerade auf 50 wegen der kack Performance seit dem 1 2 3 Update aber naja ist ich also will nicht aus 1.5 oder ja 1.5 fischer draußen sind auch schon die Menge Motz geupdatet Textur in Parkstra Eisen Eisen gewonnen Mio der Holmweißen haben in der Krone ich habe auch Kohle besser als du wo wir schon mal wieder einer wo Fris und Redstone ich habe Redstone ich habe Lager und ich habe Friesen ich brauche nur Eisen Köln so Köln Köln er Ich hab... Brauchen wir Redstone? Ja, Redstone. Alles abbauen muss ich. Ja, nur ich kann keine Redstone abbauen, weil ich keine Eisene hab. Ach so, scheiße. Stimmt, wir haben ja das ganze Eisen für Rüstung verbraten, glaub ich. Ich hab gar nicht. Warte mal, hat jemand Holz dabei? Ähm... Nee, leider nicht. Ahhhh... Geil. Claudia Holm. Claudia Holm. Claudia Holm. Claudia Holm. Claudia Holm. Claudia Holm. Komm jetzt zu, weil ich... Ich baume jetzt ein Ofen. Wir haben Ofen im Lager. Oh, Laapos. Lüppis. Ja. Jetzt wird's grad ein bisschen dumm. Dunkelseilung. Für die Videoscheiße. Aber da kann ich jetzt auch nichts. Ich glaube, ich geh erst mal hoch und mach fucken. Wo ist je los? Die sind schon drin. Das reichen ja, was reichen mich an? Ich bin nicht an. Ich bin nicht an. Ah, spinne ich bin nicht mehr drauf. Äh, Leuchte. Was, 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 was? Was, 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 was? Was, 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 was? Ich bin jetzt alleine. Was auch so ist irgendwo Spinspawners in der Domino und ich schon fünfmal verriegt. Nee, die haben wir doch zerlegt. Da habe ich auch nicht. Ja, richtig. Da habe ich jetzt zerlegt. Mit letzter Kraft. Uh, fällt aber gut an. Wo ich habe wieder eine Rolle gefunden. Das Redstone. Ich suche, oh, ah, ich habe die Minenbasis gefunden. Ja, ich auch dabei schon lange. Ich habe das wirklich на Das. Keinein, wirklich? Aber die anderen. Worte werden. Worte. Zürgall, da können je nach 2019 auch immer machen. Worte. Worte! Wo hat es da drinimm obligations? Da dass, wo eigentlich das ist? Und der ist ganz, eine drinne. Das war nicht. fairer-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-undund und einfach junges kurze, umumliessbar zu steigen. Genau, es spürt uns zur Europäischen Bushalt. Was dieses Laufmann gibt. Damit hier sieht man schon jetzt, es passt mich Teams aus. aber ich habe wenn ihr Papst und die Fläche lieben die 4 bei irgendeinem Viertel gerade ziemlich laut musik er war mir nicht denn das von jesus und seitdem ich mich vollgemockt und geht bei mir so ist irgendwie alles verpackt ich komme immer aus dem Haus aus doch nicht auch die Gräuble da er ist noch das Haus es ist in der Küche das ist das eine Hausfrau Leer in Zwergung Scheiße kann kann aber vor euch ein paar Viecher Abschlag ja auch alle Fragen wie weit hier ich bin irgendwo in der Medien und Kuhle ab ja toll au 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 ja vom BNB auf der Ecke und bei irgendeinem Heißgarten auch gerade ja stopp sehr voll ekelhaft was denn stopp Hängt einer da ein Echo Ich nicht Ne, das ist der Jens, glaube Der Jens, glaube Und das ist das, ne, Schmerzschmerzschmerz So, ich brauche mal Holz aus Boah, was ist Hä, hä Jesus, warte auf mich Irgendeiner da hat ein Echo, beheb das mal bitte Das stört wen und irritiert Ich habe kein Echo an Ich habe mich selbst an Ich will mich auch nicht auflösen Aha Ah, jetzt Hab Skype beendet wegen Echo Sorry, Leute Äh, so'n, dann schreib halt Bitte, ah, hier sind Skelett drühen Oh, Domi, bei dir ist mal sau wenig Geräusch, wo gibt's denn sowas? Ah, zwei Spinnen Alter Ich krieg dich Ja, schon, war klar Geil Ja Na Na Hello Okay, wenn's wieder geht, kann er ja wieder rein So Achso, ich kann ja selbst spawnen machen Scheiße Spawn So muss ich eigentlich Monster an Ja Ja Ah, zwar nicht grad weniger Ja Ah, zwar nicht grad weniger Mit einer neuen KI Wissen wir schon Domina Ja, leider Ja, aber ich habe eine Diamant-Spitzer-Gesicht-Gottes, wie hier ist die Krone so schnell abgebaut worden Nein, was wollte ich denn jetzt? Ah, genau, ich wollte nur noch was zu essen, sonst sterbe ich Und da ist es gelettet und eine Spinne Ich gebe auch kurz Schlafen, ich hoffe, ich habe noch die Chance dazu schlafen zu gehen Nein, 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 oh, ich bin hier gederdet So, hoffentlich kann man jetzt Was? Schlafen Schlafen Ich glaube, ganz alleine in Schlafen, nur wenn wir alle schlafen gehen, geht's Echt? Ja Komisch, gestern ist es gegangen Ich habe nichts zu essen Scheiss, war noch ein Eiweil bei dir hört mal ein Echo Ja Ja, mach man, du bist Na, also, man hört halt dein Spiel Oli, warte mal, ich wo noch was kommt Ein Zombie verfolgt mich, und ich habe nichts zu essen Ich habe was zu essen in ja er gibt noch egal was er sich für das sogar vor Ort ist vielleicht schätzt das ist den die um was ist gerade explodiert mit wahrscheinlich jemals die der dem ich jetzt einfach mal so an kann niemand vorgezeichnet da ist es wenn wir nicht essen können auch so hart hat es hat 8 Prozent der jährigen Prozent die es sind hier Köln von der Auge gibt für euch ich glaube ob es ist gleich stehen Nelden die Füße schon wieder normal ist halt so schön schlecht ich gehe mal ein paar Viecher haben Prozent von den Jagen kaputt machen zerstören ich habe jetzt da und gefunden ist das nicht schön das gelöst ich muss es doch bilden wo solche verkackten Schweine geben oder nicht auf den Schweinen will ich hab ich hab zwei drei Kühle steil wir haben wir haben die Pilze und ich hab die CC wir haben das so ein Riesenpilze abgebaut und dann gut leckte das Spiel auf zu lecken Mann. Eine Spitzaktion am Arsch. Scheiße. Ich hab ja noch meine Eisen. Toll, du blöde Schwein. Lass auch ja nix droppen, ne? So. Ja, wir haben einen Hund. Kann man den essen? Nee, aber ich hab das ja rausgefunden. Schaffbraten, brab und... Wenn man, wenn jemand, wenn sich jemand angreift, welche sind, also zum Leben, die schützt du nicht hin. Nimm das, wo... Schaffbraten, brab und... Doch, ich hab so viele Tiere kennen kommen zu mir. Ich baue hier gerade ein paar Pilze, dann können wir uns Pilze bemachen, weil Pilze bestellt auch viel Energie wieder her und so. Also, Dingsbums. Man kann man eigentlich Pilze, wo wir mittlerweile stacken. Kann ich nämlich mit Knochenmel so ein paar Magic Mushrooms machen. Tim, Tim, T-Slasch, T... Hallo, mein, TP. Ähm... Ah, jemand holzt zu viel. Nö. Ähm, TP. Ja, komm mal her, hier ist die Übung, viele Tiere. Ah, gut, stirbt. Wir können uns auch so eine Tierfarm aufbauen. Können, ich hab schon sieben Schweinefleisch, drei Hühnchen und ein Ei. Und die, und ne. Nein, den nicht, Köln, der ist cool. Ich mach nur, die gar nix. Oh, lack das bei einem Ei. Ja, wir sind ja noch in der 1.2.4. Nicht in der 1.2.5. Könnten wir eigentlich, aber da gibt's nämlich Rise Minimap noch nicht. Und das find ich ein bisschen so. Deswegen warte ich noch bis Rise Minimap gehabt, der hier ist. Und ich hab nur noch ein Viertel, äh, mein halbes Herz. Also ein falscher Schritt irgendwo hin und dann bin ich hinüber. Gearscht. Oder so. Ich finde hier ganz viel Eisen, Redstone und alles noch Bedrock ganz viel. Ja, bau mal ein bisschen Bedrock ab. Ja. Ja, so. Viel, viel Spaß beim Gelingen. Nee, Spaß. Eisen, ich hab irgendwie Eisenblüge, oder? Kann man sagt. T-slash-born. Vielleicht haben wir Knochen? Haben wir irgendwo Knochen? Ja, Knochen sind oben im Lager. Ganz, ganz viel. Boah, 55 und sogar Knochenmilch. Respekt. Da mach ich doch mal so ein Stück Knochen mehr jetzt. Wer? Diamanten. Ja, cool. Dann bringe ich sie gleich rauf und leg sie in die Kiste, wie vorher irgendwas passiert. Lass mich jetzt probieren. Was denn tu? Dann wäre es aber auch kein Problem, weil dann magst du einfach Slashback und bist du wieder zurück. An deinem Todesbomb. Ja, das ist so ein kleines Ding von Essentails. Oder Essentials, oder wie das heißt. So, dann baue ich hier mal ein paar Magic Mushrooms an, damit wir uns mal hier unsere Futterversorgung sicherstellen. Und irgendwann mal, wenn wir genug Redstone und alles haben, dann werde ich auch mal eine Erntefarm bauen. Brauchen wir, ähm, Kies? Ähm, ja. Nee, ich hab hier nämlich so... Kann man Pilze nicht auf Gras platzieren? Nee, nur wenn's dunkel ist. Glaubst du da nicht mal so was? Nur wenn's dunkel ist? Ja. Was ist das für ein Scheiß? Er lässt sich nicht so was Beklopptes ausdenken. Früher hat man die einfach irgendwo hin platziert. Das ist aber auch erst neu, ne? Weil hier ist den ja Pilze im Freien. Ja, mein Hund hat gerade das Schwein gekriegt. Das sah geil aus. Boah, ne, lässt sich nicht so was dunkel ist einfallen. Jetzt kann man Pilze nur noch im Dunkeln platzieren. Ich glaube, es hackt, Leute. Na toll, dann geh ich halt unten in die Höhle. Warum steht da hinten irgendwo abseits ein Haus? Weil das irgendeine spezielle Funktion... Ach, das ist das nette Haus. Ach, da gehen wir nicht rein. Ja, hm. Das ist so viel zum Thema Magic Mashwumms, ne? Ich kann die nur noch dummen platzieren, typisch mal wieder. T-slash- Warp-minen. Was? Geh ich mal runter in die Mine. Käppchen helfen, warum ist immer viel, ist immer viel, ist immer viel, ist immer viel Tiere. Das ist so. T-slash-tp. XC. Hallo Schwein. Steppschwein. Los, da hinten auch hinter den Berg sind auch viel mehr mehr. Das ist übel. Die lassen alle nix droppen, das ist doch zum Heulen. Boah, endlich was zu essen. Mein Hund. War so viel Fleisch, ne? Zu viel Fleisch, ich hab grad mal eins, obwohl ich schon drei Schweine getötet hab. Ich hab schon... Boah, oh, Leute! Was denn? Geh jetzt voll obsidian, wart ihr spiel schon, ja, ne? Ich glaub, dass ihr hier schon wart, weil hier ist überall obsidian. Ja, das mach ich immer, ich mach immer aus Lava, was sehen obsidian, weil... Zu bauen ist mir zu gefährlich. Darunter fallen ist jetzt auch nicht sehr gesund. Wollnach-täste, wer sind? Nein, mein Hund. Mein Hund hat mich geschubst. Ha-ha. Fatusse. Oh, ich hab eisengebrüchen. Ich sag doch. Was sag ich doch grad statt der will ich jetzt die Dingfest sein, aber ich kann mich einfach diesen machen. unfälisch. Bang. Hallo? Der Köder glotzt vielleicht blöd. Ui, Eisen! Hallo Eisen! Kannst du meinen Freund sein? Kannst du meinen Freund sein? Wow, ein Block Eisen. Ja, sind wir wieder neun Eisen, ne? Sind schon mal wieder drei Spitz. Wo ist der liebe X jetzt hin? Ich bin hier hinter dir. Oh, hinter mir. Ach da. Ja, dann stell doch eh auf die Feind ein bisschen. Hab ich ja schon mal. Immer so lange auf der Toilette muss man was erlassen. Jo, mach das mal. Zwei wieder. So lange kann ja das Eisen brutzeln, ne? Sicher. Hast du die Diamanten weggelegt? Ja, soviel dazu. T slash spawnen. Was ist der Typ jetzt? Wo ist die Idee? Wo ist die Idee? Wo ist die Idee? Jetzt.